Abstand! 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 Abstand, Bro! Abstand! Joooooooooo! Leute! Und Willkommen zu einem neuen Video! Auf den Grund! Ari! Ja, Freunde, wir sind hier gerade in meinem Haus. Aber Freunde, ich habe schlechte Neuigkeiten. Und zwar habe ich gesehen, dass einfach voll viele Items geklaut wurden. Guck mal, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist noch ein bisschen Dirt. Ja, super. Und hier unten ist einfach auch nichts. Guckt euch das an, Leute. Alles ist weg. Und ich habe gesehen, Freunde, dass hier einfach ein Buch steht. Und hier steht einfach drin, wenn ihr eure Sachen wieder haben wollt, meldet euch bei mir. Euer Lieblingshuhn K. Ey, wie kann das sein, Leute? Ich werde es erst mal Tümi zeigen. Da müssen wir was gegen machen. Da muss was unternommen werden, Freunde. So, wir gucken mal, ob Tümi da ist. Let's go. Tümi! 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 Wer schreit hier rum, Alter? Jo, Tümi, wir haben ein kleines Problem. Was? Wie Problem? Ich wollte gerade mein Haus symmetrisch machen. Wie denn wolltest du es symmetrisch machen? Das wird niemals fertig. Das wird auch fertig. Was ist denn das Problem, Heidi? Sag mal. Junge, unsere ganzen Items wurden geklaut. Hä? Wie? Wer hat unsere Sachen geklaut? Ja, ich zeig's dir. Komm mit. Ich weiß selber nicht, wer es war. Junge, einfach alles ist weg. Aber wir haben so lange dran gefahren. Wer würde denn sowas machen, ey? Ich glaube, es gibt keine Person, die so böse ist, oder? Oh, nicht, dass dieser MBK hier durchdreht, weil ich seinen blöden Panda getötet hab, ey. Es hilft nicht, guck mal. Hier ist leer. Überall leer. Hä? Hier war doch überall Cubblestone und Dreck drin. Da ist doch Dreck drin, hä? Ja, den Dreck hat er wohl nicht mitgenommen. Aber guck mal hier unten. Zack, zack, zack. Hä? Alles leer. Wieso ist hier alles leer, Mann? Wieso hast du nicht aufgepasst? Ich hatte aufgepasst, hätte nur den Müll zurückgelassen. Was war da alles drin, Heidi? War da auch Eisen und so? Ja, safe. Ich habe alles hier gelagert. Bro, wir müssen auch Spurensuche gehen. Wir müssen herausfinden, in welcher Kriminelle. Hä? Hund, das war's. Jetzt reicht's mir nämlich hier. Okay, das war meine Kiste. Hä? Hier sind noch voll viel Sachen von mir drin. Boah, die hat er wohl nicht genommen. Aber er hat tatsächlich auch die ganzen Items-Stashes hier genommen. Guck, die ganzen Fässer, da war auch was drin. Warte mal, du hast gesagt er. Weißt du, dass es ein Erbe ist oder ein Sie? Ich habe einen Hinweis gefunden. Hier, lies. Warte mal, ich lies das mal. Wenn ihr eure Sachen wiederhaben wollt, meldet euch bei mir, euer Lieblingshuhn K. Junge, ich weiß, wer es war. Kim Crimson war das. Nein, es gibt doch nur einen Honig auf der Insel. Ente. Ente, ja, 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 ja. Ente war's, Ente war's, Bro. Jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir. Irgendwann reicht's auch gut. Wollen wir jetzt fertig machen oder später doppelt? Bro, ich muss mal gucken, habe ich noch genug Pfeile? Okay, komm. Ente ist online, ne? Ente ist online. Ist Ente echt online? Boah, ich würde direkt auf Ente gehen, Junge. Bro, wir gehen direkt hin. Ist mega. Hast du noch Essen? Eh, nicht mehr viel. Hier. Ich habe noch ein bisschen Hähnchen. Ich will dieses Schweinefleisch nicht. Ja, aber dann hier nimm. Ja, besser. Dankeschön. Leute, das isst man nicht. Dankeschön. Dankeschön. Wir sind hier immer noch Minecraft, Junge. Das ist nix Minecraft, Alter. Junge, im Schwein sind ganz viele schlimme Dinge drin. Wusstest du das? Hä? Ja, aber dann... Ja, okay. Weil Schweine essen nur Dreck. Hä? Themawechsel, Junge. Lass mal gucken, Junge. Ente bis dahin... Ja, trotzdem. Das ist wichtig, ey. So, jetzt reicht's denn mit diesen Ente. Sonst esse ich den nämlich heute. Junge, bei mir gibt's gleich Ente so sauer, wenn der nicht die einem sofort wieder gibt. Och, ey, Heidi, du bist einfach runtergefallen, Bro. Bro, ich sag dir, wie es ist. Das war immer zu viel. Ja, finde ich auch. Komm hoch. Ich feiere das überhaupt nicht. Ja, warte. Loll, ist zu Eis gefroren. Oh, ich friere ein, ich friere ein. Aua, ich auch. Ich brauche Essen. Nein! Ich sterbe gleich. Nimm einen Fackel in die Hand oder so. Fackel in die Hand. Habe ich nicht. Lass runtergehen. Lass runter. Hier, ich geb dir eine. Ich geb dir eine. Egal, egal. Ich krieg da... Oh mein Gott, minus 15 Grad. Schnell hier rüber. Junge, ich hab einfach kein Wasser mehr. Hä? Was ist das denn, Junge? Komm her, Heidi. Wir müssen das klären, ey. Ja, chill, Junge. Die sind hier irgendwo. Junge, was fällt denen einfach ein, bei uns Sachen zu klauen? Das gibt's doch nicht. Junge, was meinst du, wie lange wir Eisen gefarmt haben? Aua, 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 aua. Ich friere ein. Komm, 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 schnell. Komm, rüber. So. Hey! 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 Willkommen wieder raus! Winselverbot! Was��겠습니다, nachdem ihr uns geklaut habt, alter was soll das?! Hä, ihr habt unsere ganzen Items geklaut! Ist so... Ich wir Bathroom! Nix laut! Timmy, lass den Poder weg, Tymy! Whoa! Mach nix! Timmy, geh da weg, Verbe. Gib von den Poder weg, Bro. Hör doch mal! Ich mach nichts mal auf. Die aus, der... Ich Dios-The argued raus. hjälseRS-II innovations mit ihrer Hafen! Ich wär so fast praktisch raus! Ich will sofort die Items wiederhaben, NWG! warte mal warte mal ist muss sie irgendein nicht beständnis vor dem warte mal wartet was für items hast du überhaupt an alter ja lange geschichte ich werde bürgermeister dieser stadt wirklich hast du was geklaut hat geklaut da war so ein lesepult und da stand ein lieblings ente hat geklaut ich will mir das angucken ich will mir das angucken macht die brücke die weil die mauer wird aber nicht kaputt gemacht ja auch nicht mehr kaputt gemacht wird auch nicht gebaut wird nicht weitergebaut das werden wir ja noch sehen wo ist der beweis dass ich was geklaut aber er kommt mit ich zeige es euch jungs ja es ist so und ihr seid einfach die bebe diebe kriminelle ich will nicht zurück was willst du wir sind keine kriminelle zurück timmy du bist eine halunke bist du wir haben gar nichts geklaut wir klauen uns weil ihr neidisch seid auf unserer insel aber lieblings ente wird ja schon bro wir sind neidisch auf eurer insel ja hinter euch hinter euch wir retten euch warte 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 ente lass erstmal gucken ich will erst mal ganz kurz angucken warum wir es sein sollen ja ente hast du ein schild gemacht ich vertraue ich kein meter über den weg ja ihr habt alle items genommen und jetzt macht ihr euch ein schönes leben ich habe gar keine items genommen ich denke wir sind blöd aber wir sind zwar cool aber nicht bekloppt ich habe gar nicht eure items genommen was laberst du für ein bockmiss alter wenn du noch einmal bockmiss sagst dann mache ich die zähne dieses hau hat er nicht gemacht hat er nicht es tut mir leid es war nicht mein absicht es war nicht mein absicht ha ha guck mal hier sind was kaputt gegangen wie ihr so viel doofes zeug labert und jetzt sprengst du noch unser haus jetzt sprengst du noch das haus ja genau hier hier ist nichts mehr hier ist doch gar kein beweis was steht da lieblings ente lieblingshuhn steht da also du bist ein huhn du bist ein huhn ente ist alles gleiche hey es ist dasselbe ich bin kein huhn man checkst du das überhaupt man checkst du das überhaupt dass ich kein huhn bin hast du mich gerade als huhn beleidigt hä du bist ein huhn alter eine henne alter hä habt ihr nichts mehr komm doch runter komm runter alles weg alles weg oh mein Gott habt ihr jetzt gar nichts mehr oder was guck rein guck rein ja ente es wurde alles weg ente ist eine aua warum machst du das wenn ihr netter wett würde ich euch helfen aber ihr habt leider den panda erledigt diesen panda habe ich nur getötet weil ihr frech war und die Brücke abgebaut habt ihr habt den panda getötet und die Brücke wird schon weiter aufbauen warte mal da ist doch da ist oh oh ich hab Angst bei Gewitter ich hab Angst das war zornig naja egal aber hier ist ein K für Kevin ja keine Ahnung K für King oder so ja das kannst du doch nicht für Insel machtest ich bin dein Huhn du sagst doch immer du bist der King von der Insel und so ein Quatsch wir rennen jetzt alleine komm komm es kommt wir klären das jetzt los Heidi du bleibst hier wir bleiben hier komm mit Tebi soll komm mit Bro ja ich komm jetzt mit ja was los hey Mickey was ist so vor ich hab nicht mal ne Rüstung an ja und weiter du hast nichts damit zu tun mit was mit dem diebstein mit dem mit dem Panda Mord ich hab nichts mit dem Panda Mord zu tun komm Junge ich weiß dass es schwierig war hey MBK komm tu mir leid für dich Timmy hat dich getötet MBK komm komm vor ich wisch dir erstmal mit kleinen Tränchen weg ok nur Eisen trocknen meine Tränen willst du ein Taschentuch nur Eisen ich hab kein Eisen ich hab ja nichts mehr Junge äh gut hier wir haben uns einig gehabt dass die Panda Mord bedeutet ja ja danke ja hab ich aber nicht okay was sind die Sachen ja Panda Junge sag dir ehrlich als ich kann dir neu besorgen Junge was leibst du denn mit Panda ja die Beziehung steht aber wir müssen uns einen neuen Panda besorgen ja ja besorge ich auch keine Probleme aber ich sag dir ehrlich ihr müsst euch betröden warte mal was ist denn da was ist denn da egal wir haben euch nicht beobachtet nein nein wir doch nicht also Timmy wir wollen einen neuen Panda oder aha oder ja oder oder wir werden euch alle platt machen wir werden eure komplette Insel zerstören bro ok das war einer zu viel mpk jetzt jetzt wisch ich mich ja auch rein nein das glaubst du ja wohl selber nicht wenn du das wachst dann werde ich alles platt machen bei euch Timmy hör mal zu schenkt dir dass ab heute wieder TT im Spiel ist TT ist jetzt auf dem Server bro ja ich weiß ja wenn ich sowas soll leid bro eure ganze Insel alles wird zerstört aber wer war denn bei YouTuber Insel immer der TNT Meister frag doch mal die anderen hier hä willst du das wir irgendwie haben willst du wirklich den alten Timmy wieder haben willst du wirklich den alten Timmy wieder haben hä bro ich kenne den alten Timmy ich kenne nur noch den Timmy haben wir nicht zum Freude gemacht ich will nicht was explodieren wer dann explodiert das hast du gesehen so bro eure Insel geht kaputt bro guck mal jetzt geht schon alles kaputt du bist aber als nächstes deine Insel dran merkt ihr das was ist denk dir kommt an uns ran oder was wenn du dich nicht beherrscht man dann reicht's mir hörs aus damit ey bro du hast keine Chance ich zeigst du das mal auf Timmy wenn ich dir ernst mache vielleicht hab ich keine Chance aber mein TNT wird dich ärgert Timmy lass es wir lassen es ihr seid zu viert auf mich draufgegangen ihr Feuglinge viel zu viert bro du bist zu fünft hast du hier Stress gemacht zu fünft hab ich Stress gemacht wann hab ich zu fünft Stress gemacht oh sind wir zu fünft wir sind nicht mal fünf bro keine Ahnung ihr macht auf jeden Fall die ganze Zeit Stress ja ich hab gedacht bro und dann ist euch ein Buch ein Buch ist bei euch wo Huht draufsteht Huht bro ja ja du wisst ihr wer das ist bro wisst ihr wer das ist dann lasst uns vor allem an Führer iCrimingSki und frage was die Sache ist Juck das ist ja eure Insel ey jetzt hör auf das ist der Typ das war Timmy das war Timmy habt ihr nicht gemacht Bro seht ihr wer gerade geläfte ist Moment mal Lieblingshuhn und ein K es kann nur jetzt kommt doch mal auf ein Fall es kann nur es kann nur Kiro sein Kiro hat das Spiel Kiro ist ein Huhn Moment mal Kiro hat das Spiel verlassen meint ihr wirklich ja aber der würde ja nicht einfach so das Spiel verlassen wie das würde er nicht machen ich weiß es könnte schon sein dass er es vielleicht war Junge ich war das Kiro das war Kiro ich war das nicht Mann und ihr denkt dass ich das war schwör dass du das nicht warst schwör schwör auf alles ich schwöre euch dass ich das nicht war ich hab nicht eure Items geklaut aber ihr habt aber doch den Pader von der Crimix und EBK auf dem Gewissen warte mal Kiro möchte eventuell dass wir uns beefen meint ihr doch obwohl nein eigentlich ist es klar ihr Lieblingshuhn nein Ente du bist ne Ente Ente ist ne Ente ja Bro ich bin ne Ente ich bin kein Huhn wann kriegt ihr das endlich mal in eure Schädel rein in eure pinken Schädelmade Huhn Huhn kein Huhn ihr Panda ihr Panda Mörder was für Panda Mörder genau nicht ihr nicht ihr Timmy Timmy wo ist dein Haus Bro wo ist dein Haus hä wo ist dein Haus Timmy tu es Ente tu es Ente tu es Ente du bist der Panda Mörder Bro du bist der Panda Mörder du hast dein Crimix Panda Lieder gestreckt wenn du es wags an zu zünden an zu zünden dann werde ich meine ganze Energie dafür einsetzen oh ist es deine Tür Bro ist es deine Tür hat er nicht gemacht was gibt's dir denn schönes Timmy was gibt's denn schönes in deinem Haus hier oben halt dich da raus das ist ein Ding zwischen denen ich werde dich zu ärgern Timmy du hast den Panda Mörder also muss ich dir dein Leben auch geben wenn du dich nicht beherrschst werde ich alles von dir niedermachen das fängt bei deiner Ente da drüben an die gelbe ah die gelben Enten schnabel auf hast du mich verstanden ey du bist mit deiner Ente du bist mit deiner Ente du bist mit deiner Ente sind die beide so aggressiv immer aggressiv immer aggressiv dass es Leben kost Bro ja das kann sein aber ich opfer gern mein Leben für etwas wofür ich stehe checkst du ich hab meine Prinzipien ach für was stehst du denn und schon die gepackt du hast uns genervt und ich hab gesagt das stimmt allerdings ich hab dich geworfen aber unser Grundstück da muss man halt den Warnschuss abgeben Bro let's go ich mach jetzt alles dem Erdboden gleich eure Brücke wird jetzt Leinbahne ey das ist unsere Seite ne Brücke da unten ist mir doch egal die Brücke stört mich hier guck mal was seht ihr immer noch von uns Bro ich hab Pech auf dich die Brücke muss hier verschwinden die Brücke muss brennen ich sag's dir das ist ente du bist runter gefallen was hast du mir eigentlich zu melden du bist doch bei den Panda Killern oh bei den Panda Killern nix bist du du bist bei den Panda Killern Bro du bist bei den Panda Killern Bro Bro du willst es wirklich du willst es wirklich wissen ente ja verschwinde du Panda Killern mit denen möchte ich nix zu tun aber es war einer zu viel Bro und dann wisst du nicht mal was der Elton dein Huhn ist Bro Aiti verschwinde ja verschwinde einfach wir sind wie sauer ich denn bin Aiti du hast mich enttäuscht Bro du hast mich enttäuscht ganz ehrlich Aiti der Einziger mich die enttäuscht bist du Junge wo kommt Tibi wo kommt Tibi hey Tibi was geht Bro was hast du da ja Hör Bro denkst du du hast eine Chance gegen mich Bro warum machst du sowas hä ganz ehrlich weil ich noch keine Entschuldigung von euch gehört hab für den Panda und ihr habt uns noch keinen neuen Panda besorgt haltet Abstand Bro haltet Abstand Bro haltet Abstand Bro Abstand 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 Bro Abstand Bro Abstand Bro Abstand hab ich gesagt Abstand Hör auf damit jetzt Ich hab gesagt Abstand Tibi Ja ok Aiti Abstand Jaaaaaa Jetzt habt ihr auch noch Ente also Ente Ente Timi Ist Timi Oh mein Gott Nein Ist Timi grad durch ein Loch gefallen Ist Timi grad durch ein Loch gefallen Ist Timi grad durch ein Loch gefallen und dadurch down gegangen Das gibts nicht Nein Jetzt habt ihr auch noch Ente getätet Ich kann das alles nicht Ich kann das nicht Ich kann das nicht Ich fass es nicht Ich fass es nicht Ja ich bin runter gefallen Junge Was hat der da alles drin Was hat der da alles drin mhm Er klaut auch noch Ich will auch noch gucken was der da hat Raketen Die nehm ich ihn erstmal weg Junge Sooo Jetzt kann er wirklich nicht mehr diese komische Sache machen Oh mein Gott Ente Keine Raketen mehr für dich Keine Raketen mehr Oh keine Raketen mehr IT ich wollte es nicht Ich werde jetzt mal ne Rüssel holen und ich werde euch die ganze Zeit töten Oh Timi Also real talk Timi ist es dann Nein Ich verspille mich ein an BK Timi Bro Du weißt schon Bro Ich bin runtergefallen gerade durch Volldamage und nicht durch dich Bro Ich bin aber auch Volldamage bekommen Ja aber du hast den Kill nicht bekommen Bro Du hast mich nicht gekillt Bro Ich hab dich doch gar nicht gekillt du Blödmann Ja ab Timi ganz ehrlich man Hör jetzt auf damit sonst geh ich wieder auf dich ey Es reicht mir langsam Entschuldige dich zumindest zu den Panda Team hier oder ich werde euch nicht mehr in Ruhe lassen Ja warte Ich überleg mir Lass meine Ente in Ruhe 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 Entschuldige dich, jetzt habe ich gesagt. Wofür? 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 Okay, ich bin laut. Ich bin laut. Für den Panda, Bro. Entschuldige dich für den Panda. Jetzt packst du meine PvP-Skills auf ernst aus, Bro. Ihr seid sehr... Oh, wie gefährlich, Bro. Ich habe fast reingelaufen, Nighty. Ich bin nur eine Entschuldigung. Habt ihr nicht gemacht? Habt ihr nicht gemacht? Bro, nein, nein, nein. Das ist crazy. Tür mir, Junge. Das ist crazy, Bro. Du hast doch gar nichts gemacht. Ich habe nichts damit zu tun und er killt mich einfach. Leute, checkt ihr das. Checkt ihr das. Wo steckst du? Was soll das? Wo steckt Tibi? Wo steckt Tibi eigentlich? Tibi ist abgereist. Tibi, ich höre dich doch auf. Du steckst sie irgendwo. Das war einer zu viel, Junge. Ich sage es nicht, wie sehr ist das war einer zu viel, mich einfach zu killen. Ich habe ja fast schon so viele Tote wie die. So, das war einer zu viel. So, zack, jetzt setzt es los. Werden es ihnen zeigen, ihr werdet es ihnen heimzahlen, Leute. Hey, guter Alter, guter Alter. Das war wirklich einer zu viel. Die werden sehen, was sie davon haben, einfach unsere Brücke zu zerstören. So, wo sind die? Ich habe gesagt, du sollst aufhören. Hörst du mich? Dann entschuldige dich. Entschuldige dich. Okay, hör mir zu. Hör mir zu, Bro. Hey, da ist eine Skeleton-Trap. Guck mal. Was passiert denn hier jetzt, Alter? Oh mein Gott. Entschuldige dich jetzt, Tibi. Entschuldige dich jetzt. Weg hier, weg hier. Rück zu. Tini, Bro, du bist jetzt dran, Bro. Du bist jetzt dran. Hör mir zu. Rück zu. Rück zu. Rück zu. Tini, ich habe keine Entschuldigung gehört. Rück zu. Lauf. Oh, oh. Oh mein Gott, Leute, wir müssen abbauen, wir müssen abbauen. Ich muss mein Schild ausrüsten. Wo ist mein Schild? So, zack. Ey, das gibt es nicht. Was die vorhaben. Ich wollte uns einfach platt machen. Ich sage euch ehrlich, Leute, das war zu viel. Das war zu viel des Guten. Die werden doch sehen, was sie davon haben, ey. Uns einfach anzugreifen. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile und ich kann auch keine machen, weil meine Items weg sind, ey. Jetzt wird das noch kaputt gemacht und dann das. Ich sage es nicht, was ist, Leute, das war heute eine zu viel. Das war zu viel. Und Helm. Sehr gut. Oh, mit Schurz. Amy K. Wir wollen doch gar keinen Kampf, okay? Siehst du das in meiner Hand? Ein verzauberter Bogen. Bro, ich mache dir ein Angebot, okay? Ich mache dir ein Angebot. Was? Angebot hast du gerade abgelehnt. Du hättest dieses Skelettpferd haben können, Junge. Wir haben zehn Skelettpferde. Aber nicht so ein cooles Junge. Ah, gut, MBK. Wir werden uns sehen. Wo ist Timmy? Ich muss ihn killen. Timmy ist leider außer raus. Der ist von der Ente irgendwo hingerannt. Wir sehen uns, MBK muss gut. Ich habe ein verbotenes Item in der Hand. Du willst es also wissen? Ich habe einen verbotenen Helm. Oh, alle ausgelockt außer wir beide. Bro, du weißt, wie es ist. Willst du es wissen? Eigentlich nicht. Willst du es wissen? Ja, du hast mich sehr oft gekillt. Oder wir machen es so. Wir behalten unsere verbotenen Items und das wird es. Ich glaube, ich mache dein Schild erst mal kaputt. Mit einem Stärke-3-Bogen. Hat er wirklich Stärke-3 in der Wey? Ja, hat er gerade geklappt, das Skelett. Okay, war's gut. War's gut. Ey, das ist so ein... Das ist so... Du erfrierst, ne? Bro, ich gute alte Eddie. Gute alte. Hä? 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 Eddie? Tschüss! Null Checker! Du bist ein Null Checker, MBK! Oh mein Gott, der hat es gar nicht gerafft. Und wir haben jetzt einfach einen Schutz-1-Helm. Leute, ich sag's nicht, wie es ist. Diese verzauberten Items sind eigentlich verboten. Aber krass, richtig ehrlich. Okay, Leute, ich mach mal aus den Staub, ne? Das war's mit der Folge. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und tschüss!